Hi, ich bin Bullseil und auf der Suche nach einem Team. Richtig gehört, ich suche dich. Es ist völlig egal, ob du ein Mädchen oder ein Junge bist. Hauptsache wir können zusammen Spaß haben. Das heißt, wir spielen nicht darauf, wer der Beste ist, wer die besseren Skills hat, wer die besseren Waffen hat, wer cooler als der andere ist, wer besser aussieht. Nein, wir spielen einfach, weil es Spaß macht, damit wir was zu lachen haben, damit die anderen was zu lachen haben. Ja, für die Leute, die nicht wissen, was ich genau damit meine, habe ich einen Link in die Beschreibung getan. Von denen kommt eigentlich die Idee erst von diesem Kanal. Und nun zu den Spielen, die ich so im Sinn hatte. GTA Online, Borderlands, G-Mode, The Forest, Killing Floor, Left 4 Dead und Payday 2. Und noch viele weitere. Die Voraussetzungen. Die wichtigste Frage ist wohl, auf was wird gespielt. Das ist einfach auf dem Computer. Genau. Eine weitere Voraussetzung wäre, einen Steam-Account zu haben. Dann weiterhin wäre natürlich ein Skype-Account. Für das ganze Gequatsche. Und natürlich für mich wichtig, also finde ich, wäre wichtig, wenn jeder die Session dann aufnehmen könnte. Damit jeder sein eigenes Video zusammenschneiden kann und dann sein eigenes Video zusammenstellen. Zwar aus derselben Session, aber jeder hat andere Bearbeitungsskills. Jo, also wer Lust hat, das mit mir auf die Beine zu stellen, kann einen Kommentar hinterlassen, mir eine Privatnachung schreiben oder so etwas in der Art. Und ja, irgendwie wird das schon zustande kommen. Hoffe ich mal. Bis dahin, macht es gut, passt auf euch auf und habt noch einen schönen Tag oder Abend. Bis dann. Bis dann.